Papa? Papa? Der hält alles in Ordnung. Papa? Kann ich euch etwas fragen? Okay. Welche Art von Schluss ist euch lieber? Kommt auf die Geschichte an. Was passiert in deiner? In meiner Geschichte ist ein Mann. Er geht auf eine lange Reise und überwindet ein Hindernis nach dem anderen. Und auf der letzten Seite muss er sich entscheiden, lebt er sein Leben weiter im Exil oder kommt er nach Hause zu dem, was früher sein Zuhause war? Dad, gibt's was, was du mir sagen willst? Wir alle bereuen etwas. Es ist noch alles offen. Warum reden alle von Dad immer nur als er, als wäre er nicht hier? Ist er denn hier? Dad, Dad! Ich verstehe einfach nicht, was du sagst. Ich werde harte Entscheidungen treffen müssen. Du erinnerst mich an jemanden, den ich mal kannte. Wo warst du den ganzen Tag, Dad? Wach auf, Leo. Leo. Egal, wie weit du dich entfährst. Du bist immer du. Du bist immer so nehmt. Du bist immer so nehmt. Du bist immer j posso communication. Untertitelung des ZDF, 2020